Und dann, wie das mit der Registration ja dann fertig war, den Namen, alles angegeben und so. Und dann haben wir dann irgendwelche Papiere bekommen, ja dann. Und wir haben ja dann nur gelesen können, ja dann drauf, Hessen. Und dann haben wir schnell verglichen, ja alle fünf, ob bei jedem Hessen Stand stand. Wir wussten nicht, ob Hessen jetzt eine Stadt ist oder ein Nordrheinland. Und da sind wir irgendwo mit dem Bus, ich glaube, das war in den nächsten Ort, ja da in ... Aber wie lange blieben Sie in Friedland? Eine Nacht waren wir dann hier in dem Lager. Und dann waren wir noch, zweimal haben wir, glaube ich, geschlafen in dieser Turnhalle in Göttingen. Und nachher sind wir dann wieder mit dem Bus nach Bad Orb gefahren, in Hessen. Naja, wir wussten ja dann nur Hessen. Da habe ich gesagt, wir sind jetzt in Hessen. Aber Hessen ist groß, gell. Noch eine Frage, haben Sie hier irgendwelche Sachen noch bekommen? Ja, also hier haben wir dann erst mal einen Koffer gekriegt. Und dann könnten wir dann halt ja dann Sachen, dann wählen wir dann, was wir gesehen haben und gebraucht haben. Rasier, Zeug, wir haben nichts dabei gehabt. Dann haben wir ein Handtuch bekommen, ja dann unsere Unterwäsche bekommen. Und da haben die gesagt, ja dann den Koffer immer mitnehmen, ja dann. Und wo wir ankommen, da kriegen wir bestimmt was rein. Na ja, und dann haben wir unsere Koffer gehabt. Und sind wir dann halt, ja dann, da haben wir nochmal zweimal da übernachtet in dieser Turnhalle. Und dann ruckzuck sind wir dann halt, naja dann in Bad Orb hier da gelandet.